Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen aus den Clubs der Bundesliga und der zweiten Bundesliga, liebe Partner der DFL, liebe Fußballfans, seit dem 1. Januar bin ich CEO der DFL und es ist mir eine Freude und Ehre, mich hier und heute erstmals an Sie zu wenden. Da wir den Neujahrsempfang coronabedingt abgesagt haben, tue ich dies heute zunächst in digitaler Form. Hinter mir liegen spannende und intensive erste Tage bei der DFL, die mich mit Blick auf die vor uns liegenden Aufgaben sehr zuversichtlich stimmen. Wie nicht anders zu erwarten, war die Corona-Krise natürlich bislang das dominierende Thema. Auch für den Profifußball. Wie in der Bevölkerung auch, gab es viele positive Tests in den Clubs und es liegt auf der Hand, dass uns das Virus weiter begleiten wird. In diesem Zusammenhang freut es mich sehr zu sehen, dass das Krisenmanagement im Profifußball in dieser herausfordernden Situation so gut eingespielt ist und ich möchte mich ganz explizit bei allen Beteiligten bedanken, die in dieser erneut schwierigen Lage dabei helfen, den Spielbetrieb zu sichern. Spieler, Trainer, Betreuer, Vereinsführung, Liga-Gremien und das Team der DFL und nicht zuletzt meinem Vorgänger Christian Seifert. Am vergangenen Spieltag durfte ich die Partie zwischen dem FC Bayern München und Borussia Mönchengladbach im Stadion verfolgen. Und dieser Abend hat mir noch einmal deutlich gemacht, wie sehr die Fans auf den Tribünen fehlen. Ziel muss es sein, dass die Fans möglichst bald zurückkehren. Denn was ist der Fußball ohne seine Fans draußen auf den Rängen? Clubs und Fans haben gezeigt, dass sie verantwortungsvoll mit der Situation umgehen. Für den Fußball, genauso wie für die anderen Sportliegen und sicherlich auch für die Kultur, sind die Ticketeinnahmen ganz wichtige Einnahmequellen. Neben Corona standen meine ersten beiden Wochen bei der DFL im Zeichen intensiver Gespräche. Mit den Kolleginnen und Kollegen in der DFL, mit meinen Kollegen im DFL-Präsidium, mit den Clubs, mit anderen Profiligen und mit der Politik aus Bund und Ländern. Für die kommenden Wochen plane ich, natürlich unter Einhaltung aller Corona-Vorgaben, alle 36 Vereine und unsere wichtigsten Partner zu besuchen. Dabei gilt es für mich, neue Sichten kennenzulernen und einiges zu besprechen. Wir wollen die Menschen weiter begeistern. Wir wollen die Fans wieder deutlich stärker in den Mittelpunkt rücken. Wir wollen die digitalste Fußballliga der Welt sein und dabei unsere Tradition und unsere Werte bewahren. Wir wollen gleichzeitig die wirtschaftliche Prosperität und die Stabilität der Ligen absichern und weiter ausbauen. Stichworte sind hier internationale Vermarktung, Financial Fair Play und neue digitale Vermarktungsmodelle. Wir wollen das Thema Nachhaltigkeit mit Leben füllen. Und dann sind da natürlich auch noch die ganz großen Themen, wie die 50-plus-1-Regel und die Neuverhandlung des Grundlagenvertrages mit dem DFB. Alle diese gilt es, mit allen Beteiligten gemeinsam anzugehen und voranzubringen. Ich bin gerade zwei Wochen im Amt, daher wäre es vermessen, Ihnen ein detailliertes Programm zu präsentieren. Und natürlich habe ich hier und heute nicht alle Antworten parat. Eindeutig ist für mich aber, die Bundesliga, die zweite Bundesliga und alle 36 Klubs haben eine unvermindert hohe Anziehungskraft. Und wir müssen alles dafür tun, dass das so bleibt. Wir haben eine Verantwortung gegenüber unserem Sport, aber auch gegenüber der Gesellschaft. Lassen Sie uns gemeinsam in eine neue Zeit aufbrechen. Für den gesamten deutschen Fußball gibt es große Chancen. Davon bin ich überzeugt und diese will ich gemeinsam mit Ihnen anpacken. Danke für Ihre Aufmerksamkeit und in diesen Zeiten ganz besonders wichtig, bitte bleiben Sie gesund.